Hallo und herzlich willkommen zu Happy Hour. Schön, dass ihr bei der 51. Folge unseres Cocktail ABCs wieder mit dabei seid. Wir machen heute den alkoholischen Cocktail mit dem Anfangsbuchstagen Z. Wir machen heute ein Zabao. Dafür brauchen wir 3cl Rum, 1cl Wermut, 1cl Grenadin und 3cl Ananassaft. Wir geben den Rum, den Wermut, das Grenadin und den Ansaft in das Mixer des Shakers. Wir geben Eis in den Shaker, schließen ihn und shaken 10 Sekunden kräftig durch. Wir nehmen ein Martini Glas und seinen Cocktail ab. Und fertig ist er der Zabao. Der Cocktail hat ein Alkoholgehalt von 17% und schmeckt fruchtig und süß. Er enthält ungefähr so viel Alkohol wie ein kleines Bier. So, das war der alkoholische Cocktail mit Z. Nächste Woche machen wir den Alkoholfreien und dann ist das Cocktail-Alphabet vorbei. Was wünscht ihr euch danach für Cocktails? Schreibt es mir in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr keins meiner Videos mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Jetzt kommt ein Abo da. Untertitelung des ZDF, 2020